Hallo! Wussten Sie, dass Gefahren beim Umgang mit Chemikalien während der Arbeit nicht immer sofort zu sehen sind? Ihre MitarbeiterInnen sind in Gefahr. MitarbeiterInnen erhalten von mir Schutzhandschuhe vom Typ A, die angeblich den höchsten Schutz bieten. Nicht zwangsläufig. Die Typen A, B und C auf der Kennzeichnung des Handschuhs beziehen sich auf die Anzahl der Chemikalien, auf die diese Schutzhandschuhe geprüft wurden. Einige Chemikalien können das Material auf Molekularebene durchdringen, weil das Polymer nicht gegen diese eine Chemikalie beständig ist, unabhängig vom Typ. Schäden an Haut und Körper sind in manchen Fällen erst zu sehen, wenn es zu spät ist. Aber es gibt nur 18 Chemikalien. Was, wenn meine Chemikalien nicht zu diesen 18 zählt? Gute Frage! Besuchen Sie chemrest.com. Hier können Sie den Namen der Chemikalie oder die CAS-Nummer eingeben, mit der Sie arbeiten und eine Liste der geeigneten Schutzhandschuhe finden. Bei mehr als 300 getesteten Chemikalien finden Sie bestimmt die sichersten Schutzhandschuhe. Wir wenden international anerkannte Testmethoden an, die in unserem eigenen Showa-Labor durchgeführt werden. Sollten Sie Schwierigkeiten haben, rufen Sie einfach einen unserer Spezialisten an. Ich arbeite mit sehr speziellen Chemikalien. Können Sie sie testen? Selbstverständlich! Wir können alle testen, wenn wir Zugang zu diesen Chemikalien erhalten. Aber wir gehen noch einen Schritt weiter. Unser Team von Spezialisten steht weltweit bereit, um vor Ort eine umfassende Bewertung durchzuführen. Und das zusammen mit Ihren Mitarbeitern. All dies ist Teil unserer Chemrest-Plattform. Ein kompletter Service zur Aufklärung, Beratung sowie zur Ausrüstung von Kunden mit dem bestmöglichen chemischen Schutz. Chemische Gefahren machen nicht an der Oberfläche Halt. Ihr Schutz sollte es auch nicht.